Hallo, ich bin's wieder. Ich habe mir heute beim Netto was gekauft, was ich vorher noch nie gesehen habe. Ich hatte das in der Werbung entdeckt und musste auch erstmal googeln, was das überhaupt ist. So sieht das aus. Und das ist eine Kiwi-Beere. Verpackt sind die so. Und wenn das mal googelt bzw. bei Wikipedia nachschlägt, dann heißt das Ding eigentlich scharfzähniger Strahlengriffel. Das ist tatsächlich eine Kiwi, die man direkt essen kann. Also quasi ohne Schale. Und dann werde ich das jetzt mal tun. Also hier eine Mini-Kiwi, die man direkt essen kann. Ich bin mal sehr gespannt. Tatsächlich. Schmeckt wie Kiwi. Sieht aus wie Kiwi. Abgefahren. Also die Kiwi zum Snacken. Ich weiß jetzt nicht, ob man den Böbel hier mit isst. Ich habe das jetzt einfach mal mitgegessen. Ja, cool. Also, das ist lustig. Wahrscheinlich erkennen das nicht viele Leute. Damit könnte mir jemand schon mal ein Manöver machen. Ich weiß nicht, ob es jetzt so als Deko auf dem Kuchen passt. Aber ja, so viel zwischendurch. Echt eine coole Sache. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.